Ja, bitte wieder den nächsten Anrufer und denkt bitte daran, ihr müsst über 18 Jahre alt sein. Heute werde ich ein ganz besonderes Programm rausholen. Wir haben also die Superschnellfragerunde und ihr werdet sehen, ihr werdet glücklich. Bitte anrufen, mal gucken, wer der nächste Anrufer ist. Ja, mal schauen, was wir kommen. Ja, wunderbar. Wir haben hier jetzt die Karte, die Prinzessin der Kelche gezogen. Das ist dein Glücksmoment. Das ist deine Chance, hier in die Sendung zu kommen. Der Zufallszahlengenerator wartet schon und der wird dich gleich auswählen. Und ich bin mal gespannt, wer kommt. Ja, wer ist da? Mein Name ist Gott. Ich habe da mal eine Frage. Hallo? Hallo? Ist noch jemand da? Hallo? Hallo? Hallo?